Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stamm-Tisch. Oh ja! Willkommen Krieger, Tapfere aus fernen Ländern, zur Besprechung von Raya und der letzte Drache. Ich bin euer Sensei Christopher und an meiner Seite die mutige Sarah und der unerschütterliche Lasse. Das wollte ich hören. Ja, ziehen wir in den Kampf. Raya und der letzte Drache ist das neueste Animationsabenteuer aus dem Hause Walt Disney. Er sollte ursprünglich einen ganz gewöhnlichen Kinostart bekommen. Wegen der aktuellen Situation wird er nun am 5. März zuerst auf Disney Plus zu sehen sein, gegen einen kleinen Aufpreis. Und er hat eine Lauflänge von einer Stunde und 47 Minuten. Regie führten Carlos Lopez Estrada und Don Hall. Und wir alle haben, nehme ich mal an, die Originalfassung gesehen, auf Englisch. Nee, ich hab's auf Deutsch geguckt. Oh, gut. Ich hab mir im Anschluss noch ein paar Clips auf Deutsch angeguckt zum Vergleich. Gut, weil da kann ich jetzt auch nur halt hier mit den amerikanischen Stimmen dienen. Das sind unter anderem Kelly Marie Tran, Aquafina, Cassie Steele, Gemma Chan und Alan Tudyk. Alan Tudyk. Dazu sag ich später noch was. Dazu sag ich auch noch was. Das fand ich sehr so, als ich so den Namen gelistet gesehen habe und wen er spricht, dachte ich so, äh, das ist aber seltsam. Naja, gut. Ja. Lasse, was erwartet uns in Raya und der letzte Drache? Ah, oh Gott. Also, ähm, die Story spielt in einer Fantasy-Welt, welche, äh, größtenteils halt ostasiatisch beeinflusst ist. Einst, äh, herrschten dort Drachen. Es war alles super. Dann kamen böse Mächte und, äh, löschten die Drachen aus. Aber ein bisschen Drachenmagie ist noch übrig, welches die Welt halbwegs zusammenhält. Aber jetzt hat sich das gesamte Volk in fünf Clans oder Stämme aufgeteilt, äh, welche einander relativ feindlich sind. Nur der, ähm, und darunter ist eben dann die, äh, Raya am Anfang des Films noch, äh, vergleichsweise klein. Ihr Vater ist der, ähm, Häuptling im Prinzip ihres Stammes und, äh, möchte alle zusammenbringen. Und sie sind aber auch der Clan, der quasi die letzte Drachenmagie hütet. Und, äh, durch schlimme Umstände wird diese Drachenmagie zerbrochen und, äh, verteilt unter den Stämmen. Und jetzt ist es an Raya, diese Magie wieder einzusammeln. Denn dadurch, dass jetzt, äh, die Magie zerbrochen wurde, kam jetzt dieses Böse wieder zurück. Diese bösen Mächte, welche Leute, naja, äh, welchen Leuten wehtut. Ich tanze hier drumherum, um wirklich nicht so viel zu verraten. Das ist so viel, du lebst so ein bisschen von den Details. Aber im Prinzip geht es um ihre Reise, die, das Volk wieder zusammenzubringen, wirklich. Erlangt Hilfe von verschiedenen Figuren und, äh, findet auch tatsächlich einen Drachen wieder, welchen sie quasi so mit erweckt. Und, äh, jetzt hat sie eben auch diesen Drachen als Hilfe, um die anderen Teile dieser Magie einzusammeln. Und es gibt ein paar Wendungen hier und da, einige schräge Figuren und ordentlich Action-Szenen. Und das ist im Prinzip, was man sagen kann, ohne jetzt super zu viel zu verraten. Rift ist ganz gut. Ja, gut zusammengefasst. Es ist ja an sich, äh, die ersten, die ersten Bilder und so haben einen so ein bisschen getroffen, als dass das wirkt wie, das wirkt wie 3D Last Airbender so ein bisschen. Ich, ich fand, was, was ich von, was ich ziemlich cool finde an diesem Film ist, dass es ein Fantasy-Film ist, der halt wirklich so 100 pro halt so sich diese verschiedenen Elemente von verschiedenen ostasiatischen Kulturen einfach greift. Und daraus irgendwie versucht, etwas Eigenes zu machen. Und eben auch was, was dadurch das Resultat hat. Du hast hier, ich glaub, kein Charakter, der irgendwie traditionell weiß ist. Es ist wirklich halt alles, äh, richtig cool. Alles bunt zusammengemischt. Ähm, und deshalb, und die Tatsache eben auch, was man auch gleich aus dem Weg räumen muss, ist, weil halt immer Leute sagen, wenn du strong female character, dann sagen halt Leute, hat ja erzwungende Repräsentation, Girl Power oder SJW oder halt dieser ganze Quatsch. Dabei, das Coole hier ist, dass sie in dieser Welt superschnell etablieren, dass es hier wirklich keinen Unterschied gibt in irgendeiner Form zwischen Frau und Mann. Dass es hier sehr viele, es gibt hier sehr viele weibliche Figuren in Führungspositionen. Es ist absolut nichts Ungewöhnliches daran, dass Ryan mit dem Schwert durch die Welt zieht und überhaupt kämpfen will und so weiter. Es gibt keine Figur, die sie da in irgendeiner Form in Frage stellt. Es gibt mehrere Figuren, die so ticken. Und eben dadurch, wie sie diese Welt so nach etablieren, finde ich einfach, dass es sehr schön, dass es nicht irgendwie dieser Film, der so nach Aufmerksamkeit schreit, sondern es gehört ganz natürlich zur Story dazu. Und das fand ich sehr angenehm. Das stimmt, das ist hier in keinster Weise so ein erneuter Mulan. Also das Thema Gender spielt hier so eigentlich gar keine Rolle. Das war sehr angenehm. Ist mir nur ein bisschen auffällig, als man am Anfang Raya als kleines Mädchen sieht, hat sie die Rey-Frisur. Warum haben alle weiblichen Figuren, die Kämpferinnen sind, jetzt immer die Rey-Frisur? Aber na gut. Nicht nur die Rey-Frisur, sie hat auch die Kaya-Frisur aus Last Airbender. Mit diesen Zöpfen, das ist ganz ähnlich. Ja, das stimmt. Aber es sind halt auch, du musst die Haare ja aus dem Gesicht halten. Also Zöpfe helfen da. Das ist praktisch, wenn man... Kann ich aus Erfahrung sagen. Stimmt. Jetzt ist es ja so, dass wir hier natürlich viele bekannte Disney-Tropen serviert bekommen. Und ich muss doch sagen, im Laufe der Zeit hat der Film mich mehr und mehr gewonnen mit seinem Charme und seinem Esprit und seinen kreativen Einfällen. Denn am Anfang musste ich ganz groß mit den Augen rollen. Ich stimme. Ich stimme hier hundertprozentig zu. Lasse, du hast am Anfang gesagt, du wolltest ein bisschen um Spoiler rumtanzen. Aber ich muss jetzt hier einen leichten Spoiler bringen. Also ich muss jetzt auch quasi da um herumtanzen und es nicht hundertprozentig sagen. Aber wir wissen ja immer, wie das ist. Disney-Protagonist mit sehr enger Beziehung zu einem Elternteil im Prolog. Hm, was steht dem Elternteil wohl bevor? Ja, es ist halt in dem Sinne halt ein bisschen interessanter, wie es passiert und wie die Beziehung selbst ist. Aber wir haben von Anfang an Dead Mom Alert. Denn halt nur ihr Vater ist am Leben von Anfang an. Wir wissen nicht mal, was mit der Mutter passiert ist wirklich. Aber ist ja auch egal. Ist nicht unbedingt wichtig für die Story. Das Ding, der Film hat mich von Anfang an auf dem falschen Fuß erwischt. Denn was uns sofort erwartet, ist eine Riesenmenge an Frontloading. Der Prolog ist ähnlich gestaltet wie bei Vajana. Aber es ist halt so viel Information, die uns da ins Gesicht geworfen wird. Und währenddessen diese unfassbar schräge Musik. Und eben auch die, und das Blöde fand ich auch, dass uns von Anfang an nicht wirklich Zeit gelassen wird. Die ersten Einstellungen sind, wie sie einsam durch diese Einöde reist. Auf ihrem Reittier. Und bevor wir überhaupt richtig erkennen können, was genau das alles ist, kommt ihr Voice-Over und etabliert das hier als zerstörte Welt am Abgrund. Und ich dachte, wir haben ehrlich gesagt noch nicht genug gesehen, um da wirklich unsere eigenen Conclusions rauszuziehen. Aber es wird uns jetzt sofort alles hier so präsentiert. Okay, so ist es halt durch Voice-Over. Ich hätte es sehr viel besser gefunden, wenn wir erst eine fünfminütige Sequenz gehabt hätten mit ihr. Relativ ohne Dialog. Und sie versucht und sie kommt in einen Ort, wo eben nicht das funktioniert, was sie vorhat. Und wir lernen so nach und nach einfach dadurch, wie sie mit der Welt interagiert, was gerade los ist. Und dann kriegen wir den Prolog nachgereicht. Ich meine, Wally hat das perfekt gemacht. Ich fand es halt so schade, dass dieser Film das halt nicht machen konnte. Denn was dieser Film, was diesem Film schadet, ist, dass es sich nicht genug Zeit lässt, um bestimmte Momente sacken zu lassen, fand ich. Das stimmt, aber ich muss dir ein bisschen widersprechen. Also am Anfang finde ich, du hast recht, es ist extrem viel Information-Dump einfach so. Hier hast du. Aber ich fand gerade diesen ersten Satz, wo sie meinte, die Welt steht am Abgrund, insofern interessant, dass ich später eine andere Interpretation hatte als sie. Also ich, als sie sagt, die Welt ist am Abgrund, habe ich das Gefühl, sie sieht nur ihre eigene Welt. Und das wird noch wichtig, dass sie nur sich selbst sieht am Anfang. Aha, okay. Und die Welt, wie du schon gesagt hast, man sieht nicht, dass sie am Abgrund ist, weil ich zum Beispiel auch nicht glaube, dass sie zu dem Zeitpunkt am Abgrund war. Nur ihre Welt vielleicht. Ah, okay. Und das sehe ich so ein bisschen als Interpretationsspielraum dort. Die Themes sind hier wirklich sehr schön eingearbeitet. Es geht halt um Verzeihen, Vergeben und Vertrauen. Und wie das hier mit Rajas Charakterentwicklung miteinander verwoben ist, fand ich alles in allem sehr schön. Das hat mich auch durchgehend bei der Stange gehalten, wenn die Gags manchmal ein bisschen lauwarm waren. Ja, das stimmt. Also da liegt jetzt nicht der Fokus drauf. Ich meine, du hast tolle Action-Sequenzen, du hast eine sehr schön gestaltete Welt. Die Welt erinnerte mich ein bisschen so, als ob die Welt von Kung-Fu-Panda halt von Menschen und nicht von Tieren bewohnt wird. Oh, das ist eine gute Analogie. Ja, so muss man sich den Look ungefähr vorstellen. Ja, genau. Und es hat sehr, sehr viele verschiedene Einflüsse halt. Ich hatte halt definitiv hier Flashbacks zu Last Airbender. Es ist nicht in dem Sinne, weil viele haben halt gesagt, oh, 3D Last Airbender. Es ist wirklich von der Story her, es ist absolut anders. Man hat nur hier und da so das Gefühl vom Look ein kleines bisschen. Und eben, das Ding ist auch, der Film hat tatsächlich eigentlich irgendwie fünf Regisseure. Es gibt halt vier, die da so hauptkreditiert sind. Und dann gab es noch, und dann habe ich noch im Abspann gesehen, einen, da stand im Prinzip nur irgendwie Pre-Production-Director, wo ich halt davon ausgehen kann, hat ursprünglich jemand anderes den Anfang gemacht und dann wurde es ihm weggenommen. Denn dieser Film fühlt sich an, wie von fünf Regisseuren gemacht. Und sehr, 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 sehr interessanter Regisseur auch. Ich meine, Don Hall, der hat Erfolge gehabt mit Vajana und Big Hero 6. Aber dann haben wir unter anderem auch Carlos Lopez Estrada, wie du gesagt hast. Und das ist ein Live-Action-Typ, unter anderem von einer Episode von Legion und den Film Blindspotting, halt critically acclaimed, 2018er Film Blindspotting. Und da dachte ich, wie zur Hölle rutschte in einen Disney-Animationsfilm rein. Und dann einer der anderen Regisseure war jahrelang, das ist sein erster Regie-Job, der war jahrelang Voice-Actor für Disney-Filme. Also ich weiß beim besten Willen nicht, wie da dieses Team zusammenkam. Aber es fühlt sich halt so an, weil der Anfang ist relativ holprig auf verschiedene Art. Und dann kommt es zwischendurch immer so rüber, als würde jetzt ein anderer Regisseur übernehmen. Und dann irgendwie, okay, und jetzt bringen wir es mal hier in diese Richtung. Und es wirkte für mich, als würde es im weiteren Verlauf irgendwie immer reifer und irgendwie sicherer im Ton. Wo sie sich irgendwie sehr viel selbstbewusster waren, wo genau sie eigentlich hinwollen damit. Und am Anfang irgendwie noch relativ unsicher mit dem ganzen Zeug. Und eigentlich wird ja sowas nicht wirklich in Sequence gemacht. Aber ich fand es sehr interessant, wie so auch diese Entwicklung von Statten ging anscheinend behind the scenes. Das stimmt schon, das stimmt schon. Ich muss zugeben, am Anfang war ich zum Beispiel aber auch sehr davon geflasht einfach, wie gut die Animation aussah. Oh. Danach habe ich ihm ganz viel verziehen und auch ganz viel ignoriert, ehrlich gesagt. Weil ich immer noch darüber nachgedacht habe, war das jetzt ein Foto am Anfang oder war das animiert? Ja, der Zeichenstil, der versucht auch wirklich alles Mögliche. Ich meine, du hast hier eine Sequenz, die ja dann, also nur eine theoretische Sequenz ist, die nicht in der Realität passiert, die halt komplett aussieht, als wäre es ein Anime. Bevor man dann wieder zurückkehrt zur normalen Animation. Also visuell holt der hier wirklich auch alles raus. Und inhaltlich, ich habe schon erwähnt, der Humor ist ein bisschen auf Sparflamme. Sparflamme, es ist durchgehend amüsant, aber niemals wirklich brüllend komisch. Aber darauf liegt ja hier auch nicht der Fokus. Es ist schon eine Geschichte, die sich in ihrem eigenen Rahmen schon relativ ernst nimmt. Nur dann macht der Film etwas, von dem ich nicht gedacht hätte, dass er mich damit gewinnen kann, aber er konnte es. Wir alle wissen, einer der wichtigsten Disney-Tropen ist der Cutesy-Sidekick. Und das hast du in der Form von Tuk Tuk, der von Alan Tudyk gesprochen wird, in der Anführungszeichen. Und ich dachte mir, okay, okay, das ist hier unser Cutesy-Sidekick, das rollende Tier. Da kann man ja auch eine Menge Gags mit anfangen. Aber dann begegnen Raya und ihre Freunde einem kleinen Baby. Und dieses Baby hat auch nochmal eigene Tier-Sidekicks. Und ich hab gedacht, oh Gott, jetzt kriegen wir alle Diabetes, so niedlich wird das. Jetzt schlagen die uns damit tot. Aber ich fand diese Figuren klasse. Die haben sich super da eingefügt und die haben es damit nicht übertrieben. Ist wirklich cool, wie die das so nachträglich mit Kontext versehen. Wirklich, weil die Babyfigur wird eingeführt auf eine bestimmte Art. Und dann aber durch Worldbuilding verstehst du, warum es in dieser Situation ist und so. Also du hast halt wirklich auch Charaktive und Entwicklung für dieses Baby, was ich sehr interessant fand. Und eben auch eine Entwicklung mit dem Sidekick selber von ihr mit Tuk Tuk. Weil er fängt an als niedliches Tier, aber ist dann halt ihr Reittier. Und die Art und Weise, wie er halt vorwärts rollt und sie auf ihm sitzt, hat mich ein bisschen an die Rennschnecke aus der unendlichen Geschichte. Es hatte diese ganze coole Ästhetik bei all dem und eben all diese, also du hast da mehrere ja, der Stamm von den, der Fangstamm oder halt ich glaube der Stamm der Zähne, wie es dann im Deutschen heißt. Die reiten auf so großen Katzen und halt all diese Fantasyviecher hast du da überall. Und eben diese Stämme sind benannt nach unterschiedlichen Körperteilen der Drachen. Ich bin schon sehr gespannt auf den Honest Trailer, denn die machen garantiert irgendeinen Peniswitz damit. Aber ja, es ist eben cool, nach und nach dieses, also ich finde das Worldbuilding ist ein bisschen clunky, aber du findest so nach und nach heraus, wie das ungefähr funktioniert. Wo mich, mein erster Augenroller war relativ früh, wenn sie im Prinzip zu ihrem Tuk da irgendwie sagt, give me high shadow oder sowas. Wo ich dachte, nein, weil das ein Riesenproblem ist, der Dialog ist jedenfalls am Anfang viel zu modern für diese Art von Fantasy, wo sie irgendwie, oh wir wollen jetzt auch die Jüngsten, aber auch die Jugendlichen kriegen. Und dann hast du halt eben, I'm a Dragon Nerd und sowas. Nein, das ist halt wirklich, weil alle diese Sprecher machen einen wirklich, wirklich guten Job. Aber der Dialog ist halt nicht immer der beste, wo es halt, es ist teilweise einfach zu modern. Wo es ein bisschen besser funktioniert ist bei der Figur des Drachen selbst, wo Agfafina auch einen ganz, ganz wunderbaren Job macht, wo ich halt ehrlich die Angst hatte, das wird auch so eine Nervfigur. Aber dem ist nicht so, auch sie hat eine gute Entwicklung und eine sehr dramatische auch. Und man mag ihre Figur und sie macht sich nützlich und all das. Aber es hat Startschwierigkeiten und zwischendurch gibt es ein paar Stellen, die dann tatsächlich relativ lustig sind. Und die werden aber auch nach und nach wirklich auch gut in das Drama integriert, wo du dann irgendwann gar nicht mehr das Gefühl hast, dass es jetzt wirklich awkward pacing ist. Es groovt sich ein nach einer Weile, es dauert ein bisschen. Kommen wir mal zum Thema Sprache. Sarah, du hast den ja als einzige von uns beiden, von uns dreien hier auf Deutsch gesehen. Ja, und ich glaube, die deutsche Synchro, von dem, was sie so erzählt, hat den Film an manchen Stellen ganz gut getan. Ah, okay. Es gibt nämlich keine Drachen-Nerds. Oh, was sagt sie an der Stelle? Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, aber es war auf jeden Fall nichts, was einen so rausgerissen hat. Ah, weil da gab es an einigen Stellen so im Englischen so wirklich so Slang und so weiter von wegen, yo, my girl Raya and I are gonna do this. Und like, oh ja, muss die jetzt so sprechen? Das war auf Deutsch nicht so? Ich glaube, das war irgendwie sowas wie, ich bin ein riesen Fan von Drachen und ich auch. Also klar, Fan sagt vielleicht auch keiner in so einer Welt, aber es hat noch irgendwie gepasst. Ja, ist ein bisschen besser. Es hat einen jetzt nicht komplett rausgerissen. Aber die Synchro-Sprecher waren auch richtig gut. Also man hat gemerkt, die haben sich mit dem Charakteren so ein bisschen beschäftigt. Wahrscheinlich die englische Synchrome angehört. Wie haben sie das so vorgetragen? Es war echt schick gemacht. Die Clips, die ich gehört habe, da fand ich auch, das wirkt nicht irgendwie so wie störende Promisprecher oder so. Das wirkte alles sehr professionell und passend. Und ich kann das sagen, ich stehe damit ja oft auf Kriegsfuß. Also was da immer für Leute herangeholt werden, für die deutsche Synchronisation von Animationsfilmen, das ist manchmal jenseits von Gut und Böse. Ich weiß, dass Raya ja hier von einer relativ bekannten deutschen YouTuberin gesprochen wird, die auch professionelle Sprecherin ist. Ah, okay. Das wusste ich nicht. Und die hat sich Mühe gegeben. Ja. Aber alle anderen Figuren, hast du da irgendjemanden erkannt? War da irgendein furchtbarer Comedian dabei oder eine Fernsehpersönlichkeit oder auch ein YouTuber? Nicht, dass ich sie von der Stimme erkannt hätte. Ich war kurz am überlegen beim Drachen, weil das so eine hohe Stimme ist. Und dann, also ich war kurz am überlegen, ob da ein Synthes irgendwie so ein Verzerrer draufliegt, weil die so eine ganz, ganz hohe Stimme hatte. Aber es ist scheinbar die echte Stimme der Person gewesen. Entschuldigung, das ist nicht böse gemeint. Das Lustige ist halt ja, Agfa Fina selbst hat ja wirklich eine, ich meine, sie ist ja Musikerin und so. Und sie hat ja eine sehr interessante Karriere gehabt, auch im Schauspielbereich. Ich fand sie sehr gut in Ocean's 8. Also ich fand, sie war da eine der Highlights. Jetzt aber halt auch als Sprecherin. Sie spricht zum Beispiel eine der weiblichen Skegse in der Dark Crystal Serie. Und da ist sie vollkommen diejenige, der immer Rotz aus der Schnauze läuft und so. Und halt, da hab ich sie, da hätte ich sie in tausend Jahren nicht erkannt und fand das halt so geil, dass sie, wow, diese Rolle spricht sie da. Das war halt ziemlich cool. Und, äh. Ja, an manchen Stellen, äh, war es für mich so hart an der Grenze. Also ich hab, ja, mit dem Tonfall von Agfa Fina komm ich nicht so ganz klar irgendwie. Der ist mir manchmal ein bisschen zu dreckig. Ja, aber das, das, äh, was ich an ihrer Stimme auch mochte, also im Englischen jedenfalls, äh, ich, 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 ich glaube im Deutschen Kommissar weißt auch, es wirkt so ein kleines bisschen alterslos. Ja. Halt, wo man sich nicht ganz richtig, ganz sicher ist. Manchmal klingt sie ein bisschen jünger und manchmal etwas älter und weiser und so. Und ich finde, das passt eben auch sehr gut dazu, wie sie hier die Drachen, äh, etabliert haben. Ich fand, das hat sehr, sehr schön gepasst. Und auch alle anderen. Ich meine, du kannst ja auch nicht wirklich jetzt irgendwie so deutsche, hippe YouTuber, weil es gibt nicht wirklich viele Rollen, die das hergeben tatsächlich. Die sind entweder viel zu jung dafür, ähm, oder aber es sind, ähm, es sind so, es gibt nicht mega viele Sprechrollen eigentlich. Und diejenigen, die es sind, sind, äh, oft halt, äh, weiblich und halt auch, oder halt zu alt dann. Also, dann sind es halt wirklich halt Erwachsene. Das fand ich aber auch ganz cool, dass die Erwachsenen Erwachsene waren. So ein bisschen. Also, ich habe immer das Gefühl bei Disney-Filmen, mhm, entweder sind die Erwachsene irgendwie so, so Kind geblieben, weißt du? Ja. So, so total witzig. Oder so weit weg von der Welt, dass sie gar nicht mehr mit denen richtig interagieren. So, ich bin ein Erwachsener, höre mir zu, oder so. Und hier fand ich... Ja, sie sind immer furchtbar weise und, und wissen alles. Und, äh, oder sie sind halt einfach albern und überdreht und unterscheiden sich nicht von den kindlichen Figuren. Das stimmt. Genau, und hier fand ich, war ein bisschen mehr Abstufung drin von den Erwachsenen-Charakteren. Also, der eine Sidekick, der dazu kommt, bei dem ich echt kurz schlucken musste, als man seine Geschichte gehört hat. Oh Gott. Ähm, der ist halt vielschichtig. Und ich liebe das, wenn auch Side-Charaktere vielschichtig sein dürfen. Ja, das, 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 das ist etwas, was Disney öfter mal gut macht. Aber hier, äh, gelingt's denen auch, äh, ganz toll. Und das, das Schöne ist eben, all diese Figuren, die sie treffen, das ist mir jetzt nach einer Weile aufgefallen. So, nach und nach formt sich eben diese Gruppe. Und alle, und sie alle kommen eben aus einem dieser Stämme. Und, äh, repräsentieren die auf so eine eigene Art. Und eben das, die, die, die Hauptbotschaft des Films, äh, zusätzlich halt so, es geht um Vergebung, es geht um Vertrauen. Und das Ding ist eben auch, äh, Zusammenhalt. Und, äh, gerade im Finale wird das wirklich richtig klar. Und, ähm, ich, ich finde, das wird, äh, gerade in der heutigen Zeit, finde ich, ist das ein sehr, sehr wichtiges Thema. Äh, was hier auch gut rübergebracht wird. Äh, und ich hab das richtig gefeiert. Und es ist, es passiert eben auf eine Art und Weise und ist so organisch in die Story eingebaut, dass ich erst so nach einer Weile wirklich mitgerechnet habe, was die da eigentlich tun. Und dann halt, oh, der kommt von da. Und, und, äh, die kommt von da. Und so. Und das, äh, das fand ich richtig schön. Und wir bleiben manchmal nicht lang genug an irgendeinem Ort, um uns wirklich ein Bild davon zu machen. Aber die Orte, die wir sehen, sind schön. Und wir kriegen auch ein, ähm, Gefühl dafür, wie diese Stämme ungefähr ticken. Was die für eine Geschichte haben, was für Einflüsse. Ähm, und es fangen dann auch nach und nach an, so mehr Comedy-Bits zu funktionieren. Ich hab extrem gelacht bei der, äh, bei der, bei der Marktszene, wenn's darum ging, im Prinzip Kredit aufzunehmen. Ja, okay, das war echt gut. Das, 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 das fand ich war eins der großen Highlights. Es gibt ein paar gute Wendungen hier und da. Und, äh, ich kann gleich Entwarnung geben, weil in letzter Zeit hat sich Disney gerne, was ich mal so, schuldig gemacht. Oh, der Überraschungsschurke. Äh, hier ist das nicht der Fall. Es gibt eine andere Art von Überraschung, die ganz, ganz nett ist. Und das, äh, und das, ja, ich, ich find einfach, die umschiffen ein paar Klischees ganz nett, aber folgen eben anderen, äh. Was ich auch ganz schön fand an diesem Film, wie du schon gesagt hast, es gibt keine Überraschungsschurken. Ähm, und das Dilemma, in dem, in dem sich die Heldin betrifft, äh, befindet, das wird halt auch angesprochen. Also, es gibt irgendwann ein sehr großes Dilemma, was, womit, womit sie einfach arbeiten muss, sag ich mal. Ja. Und das wird ausgesprochen, wo ich doch so dachte, yes! Sag's dir! Total, eben. Ja, das ist, das ist, das ist wirklich nett gemacht, äh, die, die, äh, die Action-Szenen sind nicht ganz so rabiat, wie ich vielleicht gehofft hatte, aber ich war halt wirklich sehr beeindruckt von der Choreografie, von der, von der Übersicht, mit der das alles geframed wurde. Ähm, es gibt halt sehr viel wirklich halt, äh, Hand-to-Hand-Combat mit Klingen und Fäusten und, und Füßen und all der, Mann. Äh, das, das fand ich halt wirklich cool. Und, äh, die, wie sie eben auch designed sind, ich meine halt so ihre große Rivalin, mit der sie so eine gewisse Geschichte hat, äh, in dem Film. Sie ist eine sehr gute Antagonistin für den Großteil des Films, aber auch eine, wo es einem eben dann halt, äh, leid tut. Und wo man sich halt denkt, diese Menschen sind nicht böse, weil sie böse sein wollen, sind böse, weil sie sich in einer bestimmten Situation befinden, aus der sie keinen anderen Ausweg sehen. Und es, es hat eine, es hat ein gutes Pacing, was das alles angeht und eine, und eine gute Entwicklung, aber auch man sieht diesen Charakteren eben trotzdem gerne zu, obwohl sie unserer Heldin im Wege stehen. Und andererseits aber verfluchen wir auch unsere Heldin ein bisschen, weil sie so ein bisschen, weil sie sich eben so ein bisschen starkköpfig benimmt in der Hinsicht, wie sie bestimmten Dingen gegenüber tritt. Und wie sie sich halt nach und nach lernt zu öffnen, eben auch durch ihre Gefährten, äh, das, das ist vielleicht nicht das alleroriginellste, aber ich finde, es war hier schön gelöst. Ja, was das Thema Vertrauen und Vergebung und dergleichen betrifft, da fand ich das teilweise schon, hui, das ist aber sehr aktuell. Ja. Nicht der, äh, der, äh, Lage in den USA oder auch sonst wo. Also es ist teilweise schon, äh, fast ein bisschen unangenehm, wie zeitgemäß der Film ist, wenn, wenn man sich so das aktuelle Klima ansieht. Total, und deshalb umso wichtiger, dass wir eben diese Art von Film dann auch, äh, dann heutzutage kriegen. Äh, das fand ich dann wirklich, hey, der hat eine wirklich gute Botschaft für heute. Und, äh, aber eben auch auf eine Art und Weise rübergebracht, dass er nicht in irgendeiner Form altern wird, denke ich mal, äh, in Zukunft. Das Ding ist nur, äh, ein, ein, ein großer Kritikpunkt, den ich halt allgemein habe, ist, ich hab wirklich das Gefühl, dass wenn, Disney fährt ein bisschen sicherer, wenn sie irgendwie präetablierte Storys adaptieren auf ihre Weise. Da kommen sie halt her. Ja, genau, halt eben, sie haben, das, das war ihr, äh, Bread and Butter, halt, äh, Märchen zu adaptieren auf ihre Art und Weise. Schön und das Biest, grandios. Eben selbst so etwas, was so unfassbar grob adaptiert ist wie, wie Frozen, halt von der Schneekönigin. Damit machen sie tolle Sachen. Und, äh, aber so etwas, äh, eine ihrer besten originelleren Sachen war dann halt Ralf Reichs. Ich meine, das basiert einerseits ein bisschen auf Gaming-Nostalgie, aber ich fand die, die Story selbst einfach sehr, sehr gut. Das war größtenteils originell. Das hier ist halt komplett Original-Story. Das basiert auf nichts. Aber es fühlt sich an, als wäre das irgendwie eine kondensierte Version von einer TV-Serie oder so einer ganzen Roman-Reihe. Weil eben so viel Zeug hier eingebaut wird und die Entwicklung ab und zu auf der Strecke bleibt, wo man sich denkt, diese, diese Figuren existieren irgendwo anders und wachsen da bestimmt ein bisschen mehr zusammen. Wir erfahren mehr über die, in diesen Romanen oder in dieser Serie, wieder so ein bisschen der Last Airbender-Effekt. Denn die versuchen hier ihr eigenes neues Universum zu etablieren, originell, bla, bla, bla. Aber einerseits lassen sie sich nicht wirklich genug Zeit dafür und andererseits sind einige Infos so holprig rübergebracht und so überhastet. Halt wirklich die ersten 20 Minuten sind tough, da wirklich dann komplett reinzukommen. Und die Art und Weise, wie eben so nach und nach dann der, der Flow wird und sie von Ort zu Ort kommt und wir wirklich dabei sind. Und da lernen wir eigentlich ein bisschen mehr über all das. Also es ist nicht ganz optimal gelöst am Anfang. Der Film fängt nach 20 Minuten erst richtig an zu atmen, das Gefühl hatte ich. Oh ja, ja. Ja, das ist eine gute Formulierung. Am Anfang wird man wirklich erstickt sonst von all dem. Ich hoffe aber, dass er sein Publikum findet. Ich meine, Disney mit Originalstoffen, da haben sie sich ja schon manchmal so auf die Nase mitgelegt. Ich meine, der ist ja jetzt vor allen Dingen auch so konzipiert, dass er halt eben auf dem chinesischen Markt Erfolge erzielen sollte oder könnte. Ich meine, überraschenderweise hat ja Live-Action-Mulan an dem chinesischen Box-Office nicht so gut abgeräumt. Naja, überraschenderweise hast du den Film geguckt. Aber ich dachte halt wirklich, das hat eigentlich so viel, was die Chinesen eigentlich mögen sollten. Ich fand es halt so interessant, dass es dann nicht funktioniert hat. Ja, deswegen mal sehen wir den. Nee, ich habe den neuen Mulan nicht gesehen. Ich habe nur Schlechtes gehört und irgendwann dachte ich mir, ja, nein. Ja, du hast nichts verpasst. Mulan vergleiche, sonst drängt es sich ja aber nicht wirklich auf. Ich meine, man hat einfach nur, man hat Weibchen-Protagonisten mit dem Schwert. Das sind eigentlich die einzigen Gemeinsamkeiten. Und ja, okay, man hat einen Drachen-Sidekick, aber es ist anders. Ja, das hoffen wir mal. Ich hoffe mal schon, weil das ist von, in der jüngeren Geschichte ist das eigentlich jetzt mal wieder ein Disney, der mir rundum gefallen hat. Und ich hoffe auch, dass der dann dementsprechend seine Spuren hinterlässt und wir vielleicht auch mal auf einer Convention Mädchen sehen, die Raya Cosplay machen. Sicherlich, sicherlich. Das geht relativ schnell. Dass die denn mit dem Hut durch die Tür passen. Ja, hier gibt es Figuren, die sind wirklich wie gemacht für Cosplay. Etwas möchte ich noch zur Musik sagen, denn von Anfang an wurde ich da so ein bisschen erschlagen von den Eindrücken. Das ist, James Newton Howard ist der Komponist und der hat einen Wüsten-Stil-Mix hier drauf. Wo ich dachte, was zur Hölle, du hast hier etwas, das klingt wie bulgarischer Frauenchor. Du hast Symphonieorchester, du hast sehr, sehr schräge Synthesizer. Du hast Getrommel wie verrückt. Es ist wirklich, E-Gitarre kommt auch direkt im ersten Track vor. Es ist wirklich ganz, ganz eigenartig. Und nach und nach funktioniert es irgendwie. Es ist ein sehr, sehr schöner Score, aber man muss sich wirklich auch da, man muss sich ein bisschen dran gewöhnen. Weil ich dachte, das ist nicht exakt das, was ich erwartet habe, aber ... Ja, ich glaube, da musst du in der Welt aufgewachsen sein, um das einfach zu kennen. Wer weiß, gut möglich. Die Synthesizer verwirren mich einfach immer noch, wo ich mitgehe. Es ist einfach nur für das, ich weiß nicht, auch für das moderne Publikum. Es ist halt so eigenartig. Ich weiß nicht, ich weiß nicht genau, wessen Idee das war. Aber vielleicht ist es auch auf die vier bis fünf Regisseure zurückzuführen. Jeder ein Musikstil. Es ist halt mit den Backfires, die ab und zu Disney und so weiter hatte. Der Film, an den mich dieser ja auch ein bisschen erinnert hat, ist Atlantis. Was so ein bisschen einer meiner heimlichen Favoriten ist von Disney. Eben weil er irgendwie so anders ist und sich ein bisschen mehr getraut hat. Wirklich? Atlantis ist toll. Bei Atlantis kommt mir wirklich so vor, die wollten sich mal so richtig distanzieren von dem übrigen Zeug. Ich meine, dann hatten sie ja auch hier so jemand schräg, da hatten sie halt den Hellboy-Zeichen als Produktionsdesigner, was du eindeutig sehen kannst. Und wie hieß er nochmal? Ich hab's vergessen. Mike Mignola, genau. Und da hattest du halt einen übelst hohen Bodycount auch in dem Film. Und halt wirklich, wir machen hier diesen Abenteuer-Action-Film, wo Leute sterben und du siehst, wie sie sterben. Und dieser Film geht nicht ganz diese Risiken ein, wirklich. Aber die wollen halt schon trotzdem übermitteln. Es geht hier um Verlust, um Drama und all das. Und das ist sehr nett gemacht. Aber ich würde gerne Disney wieder in so einem Modus haben, wo sie sagen, wir pfeifen jetzt mal auf sämtliche Konventionen, machen jetzt mal wirklich etwas so richtig, wo wir noch so ein bisschen in die erwachsene Richtung gehen. Das hier hat definitiv auch erwachsene Themen, wie die meisten Disney-Sachen. Aber es hat trotzdem nicht ganz so diese Edge, die ich bei Atlantis eben so schön fand. Ja, da bin ich dann hier alleine. Ich mag Atlantis leider überhaupt nicht. Aber ich muss unbedingt mal der Schatzplanet nachholen. Der ist, oh, der ist wundervoll. Der schlägt ja eine ähnliche Kerbe. Das ist auch einer meiner Favoriten. Aber auch wiederum ein Fall von. Disney adaptiert ein präexistierendes Material, aber macht was eigenes damit. Und das war ein Traumprojekt von den Regisseuren. Und alle diese drei Filme, über die wir jetzt geredet haben, haben auch noch James Newton Howard als Gemeinsamkeit. Dün, 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 eine Verschwörungstheorie. Das Howard Triangle. Genau, Schatzplanet ist auch, fand ich auch ein richtig schöner Film. Er war halt so mit einer der, das war ja auch der gigantischsten Flops ever, eben weil er so teuer war auch. Ja, aber ich muss auch sagen, ich fand Raya, wie ihr schon gesagt habt, einfach deswegen super toll, weil er mal ein bisschen anders ist. So Love Story mäßig. Oh ja. Das haben wir gar nicht erwähnt. Ich sage nichts weiter. Aber ich sage nur, ja, Love Story mäßig ist es anders. Und ich weiß nicht, kennt ihr den Bechtel-Test? Der ist ja so ein bisschen, ja klar. Der besteht den Locker. Ja, der besteht in den ersten zwei Minuten. Sowas von. Das ist ziemlich krass, was die hier machen. Immer umso schöner. Aber die schreiben sicher nicht irgendwie eine Botschaft auf den Hut, sondern es gehört einfach sehr natürlich zu Story und Konzept dazu. Ja, und das finde ich einfach so viel schöner so als, also ich kann mir richtig vorstellen, mit meinen Patenkindern diesen Film zu gucken und sich zu denken, ja geil, weißt du? Ihr seht einfach mal normale Charaktere. Also es ist nichts Besonderes. Und keiner muss irgendjemandem hinterherlaufen. Also ich mag das immer, wenn man auch mal mit Kindern solche Sachen gucken kann, wo du, wie ihr schon sagt, wo es einfach normalisiert ist. Ja, toll. Dass es überall so ist. Was, was Medien meiner Meinung nach heutzutage auch irgendwo tun sollten. Also ich finde schon, da liegt die soziale Verantwortung, sowas eben als normal zu präsentieren. Denn wenn man immer wieder darauf zeigt und zeigt und zeigt, dann normalisiert sich das ja nie. Dann bleibt es irgendwie ein Sonderfall. Das soll es ja nicht sein. Von daher ist das schon hier der richtige Ansatz. Total. Ich würde dann mal zum Fazit kommen. Ja, komm. Tatsächlich. Ihr könnt dann vergeben, 0 bis 5, ich bin mega originell, Reisschüsseln. Ah, okay. Warum nicht? Habt ihr andere Punkte? Ihr könnt gerne andere Punkte benutzen. Nein, nein, Reisschüsseln ist das schön. Ja, Reisschüsseln nehmen wir das. Ja, ich habe auch, das muss ich auch mal wieder sagen. Ich liebe es, wenn Filme es schaffen, mir mächtig Hunger zu bereiten. Und dieser, oder auch diese Brot, der so viel gekocht hat. Ich werde vielleicht heute Abend noch was beim Chinesen bestellen, keine Ahnung. Ich habe mächtig Kohldampf danach bekommen. Okay, Sarah, wie viele Reisschüsseln vergibst du? Ah, schwierig, schwierig, schwierig. Also ich finde den Film toll, aber er macht halt irgendwie nichts neu. Also nicht neu im Sinne von, das hat mich total geflasht. Ja. Er macht es ganz, alles was er macht, macht er ganz okay. Bis sehr gut. Also hängt davon ab, was man sich gerade anguckt. Ich gebe ihm 3,5 von 5 Reisschüsseln. Da schließe ich mich an. Ich bin auch bei 3,5 von 5 aus denselben Gründen. Es fehlt so ein bisschen, abgesehen von der visuellen und kulturellen Komponente, die sehr interessant gemischt ist. Und ein tolles halt visuelles Gesamtkonzept bietet. Also ich war halt hin und weg optisch und aber auch vom Sound her, denn halt einerseits die Musik und aber auch die Stimmen haben sehr gut gepasst. Aber es fehlt so ein bisschen dieses Extra-Umpf, was so etwas hatte wie Frozen oder selbst sogar so etwas wie Ralf Reichts, wo es dann noch so eine zusätzliche tiefe emotionale Komponente drin gab. Oder so ein extra bisschen Originalität. Deshalb bleibt es halt bei mir bei 3,5 von 5, dass das Skript ist ein bisschen all over the place. Dass das Worldbuilding ist nicht ganz optimal und der Dialog, wie anachronistisch er ab und zu ist, das ging mir ein bisschen auf den Keks. Aber halt, es wurde immer besser. Und mit einem richtig, ja, starken dritten Akt an sich und eben auch in der Art und Weise, wie, je länger ich über den Film danach noch nachgedacht habe, desto besser fand ich ihn dann eigentlich. Und da ist dann noch so ein bisschen meine Achtung gestiegen im Nachhinein. Das ist eine etwas schwierige Kiste, aber ich denke mal, mit 3,5 Reisschlüsseln fahre ich da auf einer relativ sicheren Schiene. Dann mache ich den Hattrick auch 3,5 Reisschlüssel. Yeah! Ja, ihr habt es alle schon gesagt. Es ist ein wunderbares Abenteuer für die ganze Familie, was sich auf einer emotionalen Ebene ernst nimmt und was seine Konflikte auch ernst nimmt, aber trotzdem dabei den Spaßfaktor nicht außer Acht lässt. Wenn auch nicht jeder Gag zündet, die Figuren sind mega sympathisch, die Klischees fallen nicht negativ auf und die Action- und Kampfszenen, die haben es schon wirklich in sich. Hier und da war es am Anfang eine Menge, was man hier verdauen musste. Deswegen war ich auch froh, dass du gesagt hast, du machst die Inhaltsangabe, weil ich wäre da auch ein bisschen entschleudern gekommen. Aber ansonsten, ja, Disney hat es mal wieder gebracht. Leute, wenn ihr irgendwie könnt, geht ins Kino. Ich meine, vielleicht wird er ja noch gespielt in einem Monat oder zwei Monaten oder drei oder je nachdem, wann es wieder losgeht. Ansonsten könnt ihr euch den ruhigen Gewissens auf Disney Plus geben. Dann bedanke ich mich bei euch beiden. Ja, wir haben alles gesagt. Das hat mir auch einen großen Spaß gemacht und wir hören uns bei der nächsten Besprechung. Ciao, ciao. Tschüss. Bis dann. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe, es sehr euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir weißen auch. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.